Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben. Und bei ihm. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bist du da schießt, Laura? Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg auf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Ja. Lass uns vorsichtig sein. Machen wir. Und damit ein herzliches Willkommen zu... Der Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiterhören. Den zweiten Teil von Tomb Raider. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er hieß. Ich hab's vergessen. Aber ich freu mich. Ich freue mich, dass ich ihn spielen darf. Kann. Ich freu mich so richtig. Ich hab auf Abenteuer im Modus gemacht, dass wir die Geschichte mehr erkunden. Selbst wenn wir nichts finden. Denn der wäre stolz auf dich. Ja. Das stimmt. Ich habe ein gutes Gefühl daran. Denn ich möchte gerne die Abenteuer mehr als halt die Kämpfe, weil Tomb Raider ist halt für mich ein... Wow. Genau. Abenteuer im Modus von Fines entdecken kann. Und das ist halt, was ich gerne möchte. Gut. Ähm. Wir sind hier, weil wir die... Ui. Schweigen gehabt. Ähm. Ja. Wir sind hier, weil wir die Ru... Ruinen. Ich komme hin und her. Ich klettere wieder rauf. Sei hier. Bist du sicher? Bleib einfach da. Ja. Mein Mikrofon. Es nimmt irgendwie Geräusche auf. Und ich weiß nicht, warum. Ich gucke gerade, ob ich das ein bisschen verstellen kann. Also ich glaube, so läuft es schon besser. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt geht's. Ich weiß nicht, was damit los ist. Aber naja, wir wollen erstmal hier hoch. Ach, ich liebe es. Kann ich hier aufhaufen? Nö. Hallo. So. Dann wollen wir mal hochbladern. Noch haben wir die Ausrüstung. Von daher sollten wir es ausnutzen. Und ich denke mal, wir müssen da rüber. Ja. Da kommen wir nicht weiter. Na super. Ja. Finis kenne ich schon von den ersten Teilen, die wir gespielt haben. Und. Auf geht's. Eieiei. Da haben wir ja Schwein gehabt. Nein. Ich doch nicht. Ich. Na, dann lauf mal vor. Ich hatte schon den Anfang gespielt, aber dann hatte Ovi jetzt irgendwie Probleme gemacht. Deswegen musste ich nochmal von vorne machen. Also ich kenne diesen Teil schon. Aber ich tue mal so, als wenn ich es nicht wüsste. Oh, schön. War ich dann. Ja, hier war ich noch nie. Das ist mir neu. Huch. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir ausscheinend Gott verlassenen Ort aussuchen. Nein, ich nicht. Ja, jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, einfach nur Hammer. Ja. Ja, weiß ich. Wir sind fast am Gipfel. Aber. Das ist doch. Also. Hammer. Wundervoll. Einfach wundervoll. Deswegen den Abenteuer mal los, weil wir da so viel entdecken können. Oh, nee. Ich. Ich bin jetzt schon am Schwärmen von diesem Spiel. Und dabei haben wir es gerade erst angefangen. Ich bin sehr schnell zu begeistern bei Spielen. Ja, das stimmt. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, nah an der Wand. Ja, das kriegen wir hin. Alle, hopp. Auf geht's. Na, dann komm mal her. Oh, super. Na, ich weiß ja nicht. Oh, schön. Ja. Ich würde mal sagen, holler die Waldfee. Rüber. Ja, weiter geht's, ne? Na, da haben wir uns aber auch einen Weg ausgesucht. Da haben wir uns echt einen Weg ausgesucht. Na, super. Na. Oh, Alter. Schwein gehabt. Das ist sehr gut. Ein bisschen Seil brauche ich nämlich. Sonst kann ich dich nicht herholen. Boah, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Okay. Jonah. Wir haben es geschafft. Ich sehe die Ruinen. Oh, Gott. Lara! Oh! 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 Oh Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Oh! Fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwing mich zur anderen Seite! Okay! Los geht's! Na jetzt aber! Halla die Weitfee! Und mit Schwung! Nochmal! Und jetzt! Und jetzt mit Schwung! Eieieieiei! Und jetzt! Oh nee! Komm, komm, komm! Oh! Geschafft! Ich kletter um mein Leben! Oh! Oh Gott! Wir müssen rennen! Oh! Oh! Ich liebe! Achso! Kommen wir gar nicht weiter! Was war das denn? Okay! Ja! Gleich beim Erz mal gestorben! Super! Ja! Ist auch gerade nicht so einfach mit der Steuerung! Ah, jetzt! Oh! 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 Morales undefeiert! Oh! 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 Hickeits! Oh Gott, rüber. Och du heini, jabe man. Oh, lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Oh, lauf, lauf, lauf. Oh Gott. Oh Gott, lauf. Oder ich lauf. Scheiße, würde ich mal sagen. So, zwei Wochen zuvor. Das ist die größte Grausamkeit des Lebens. Dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen. Staub. Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Ich kenne jetzt ihren Namen. Janity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Ich kenne mich. Ich bin's. Anna. Oh Gott. Das tut mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war... ...verwirrt. Nein. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein. Das ist Irrsinn. Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. Der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist recht. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Äh, das ist nur die ordentliche Begriffe. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die, die haben besser bezahlt. Sie... We komplett wurden runter... Sie haben es in einer Tümer füllen, nicht? Sie werden noch damit teilen. Es ist noch ein Ping. Sie haben es nicht auch gefragt, ob Sie sagen. Sie werden nicht so Own-Bilği verbracht. Sie haben werfen. Sie haben es nicht gemacht, Assim kann man es ungefähr machen. Oh, 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 oh. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein.